Die Schweizer Niederlassung der Michael Weinig S.A., marktführender Hersteller von Maschinen für die Holzindustrie in Lachatfond, fertigt Anlagen nach strengsten Qualitätsrichtlinien. Weinig bietet alle Bearbeitungslösungen für das Hobeln von Massivholz von den Peripheriegeräten über die Maschine bis zu den Werkzeugen. Vom Entwurf bis zur Produktion der Schneidwerkzeuge nach ihren Massgaben und Bedürfnissen gibt es für Weinig nur ein Kriterium – kompromisslose Perfektion. Die Gewährleistung der hohen Qualität und Präzision der Weinig-Werkzeuge als Standard- oder Massanfertigung ist unser ständiges und vordringliches Ziel. Hierfür setzen wir während des gesamten Herstellungsprozesses unser umfassendes Know-how ein. Eine Maschine von Weinig mit Werkzeugen von Weinig garantiert Ihnen Spitzentechnologie, höchste Fertigungsqualität nach Ihren Vorgaben sowie optimalen Kontenservice. Wir arbeiten für Ihren Erfolg. Ihr Vertrauen ist der Schlüssel unseres Erfolgs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017